Wie ist die Ökologie und Nachhaltigkeit? Ökologie und Nachhaltigkeit sind für SITECs zentrale Unternehmensziele geworden. Wir bieten unseren Kunden damit die Möglichkeit, eines ihrer größten Verbrauchsgüter nachhaltig zu beziehen. Das betrifft zum einen natürlich unsere eigenen Prozesse. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir in den vergangenen fünf bis zehn Jahren unsere Energieverbräuche in der Wäscherei mehr als halbiert haben und wir arbeiten weiter daran. Dieses kann uns natürlich nur gelingen, wenn wir mit modernster Technologie arbeiten. Zum anderen spielt bei uns natürlich das Thema Textilien eine große Rolle. Nachhaltig produzierte Textilien sind für uns ein wesentliches Thema auf unserem Weg zu einer durch und durch nachhaltig organisierten Dienstleistung. Zu den nachhaltig produzierten Textilien gehören natürlich moderne Bearbeitungsverfahren. Wir sind hier heute in unserem Wäschereistandort in Wildeshausen. Hier handelt es sich um eine der modernsten Wäschereien Deutschlands, wenn nicht gar Europas. Wir wollen Ihnen heute hier zeigen, wie man mit nachhaltiger Produktion und nachhaltig produzierten Textilien eine insgesamt nachhaltige Dienstleistung produzieren kann. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn es gleich ein bisschen lauter wird. Wir werden Ihnen in verschiedenen Standorten in einer Wäscherei zeigen, was wir uns unter einer nachhaltigen Produktion vorstellen. Dieser Standort ist in den letzten Monaten durch umfangreiche Umbaumaßnahmen für eine Bearbeitung von 60 Tonnen täglich umgebaut worden. Aktuell bearbeiten wir 40 Tonnen täglich aus den Bereichen Gesundheitswesen und Industrie. Die nächsten 5 Tonnen sind bereits in Planung. Das Ganze ist natürlich nur mit einer hocheffizienten Logistik zu bewältigen, die unsere Ware mit 18 zu 100% ausgelasteten Touren verbringen. Durch die Modernisierungsmaßnahmen in diesem Betrieb konnten wir das Niveau der Energieeffizienz auf ein ganz neues Level heben. Damit sind wir mit Sicherheit spitze im Wettbewerb. In diesem Standort waschen wir mit drei Waschstraßen. Als Beispiel mit unserer größten Waschstraße waschen wir 85 Kilo in 90 Sekunden. Im Vergleich zu Hause, wo wir 6 Kilo in 90 Minuten waschen. Auch ein anderes Waschmittel benutzen wir, aber sehen Sie selbst. Die Waschmitteldosierung ist eines der wichtigsten Prozesse in der Wäscherei. Wir verwenden hier ein Baukassensystem mit vielen einzelnen Komponenten anstatt eines Alleinwaschmittels. Somit können wir die Rezeptur der zu waschenden Textilien individuell anpassen und verhindern damit eine Überdosierung und damit auch verbundene Ressourcenverschwendung. Das Waschverfahren selbst ist ein hochgerade innovatives, vom Hersteller patentiertes Waschverfahren mit einer RKI-Listung ab 40 Grad Celsius. Das Waschverfahren selbst trägt den Namen Cool Chemistry. In einer sogenannten Coolbox wird das Bleich- und Destributionsmittel angemischt. Das Besondere hierbei, das Verfahren basiert auf Sauerstoffbasis. Chlorhaltige Produkte und chlorhaltige Bleichprodukte sind für uns ein Fremdwort. Das Verfahren ist frei von durch Alkalität erzeugten Salzen und ist daher nahezu pH-neutral. Das ergibt natürlich folgende Vorteile. Eine bessere Ausspielbarkeit mit wesentlich geringerem Wassereinsatz, Schonung der Textilfaser und eine gute Farbechtheit. Alles in allem ist das ein Verfahren, was exzellent die Anforderungen an eine hygienisch einwandfreie Wäsche meistert. Auch beim Einsatz von Frischwasser und Energie legen wir großen Wert auf Einsparung von Ressourcen. Das auf null Härte gerade enthärtete Frischwasser wird bei uns mehrfach wiederverwendet. Wasser, welches wir zum Spülen eingesetzt haben, wird zurückgewunden und filtriert und zum Vorwaschen wiederverwendet. Dem Abwasser wird durch einen hocheffizienten Wärmetauscher Energie entzogen und damit das Frischwasser von ca. 10 Grad Celsius auf 45 Grad aufgeheizt. Auch weitere Wärmetauscher innerhalb der Wäscherei binden wir in die Warmwassererzeugung ein. Das minimiert die zusätzliche primäre Energiezugabe für den gesamten Waschprozess. Für eine nachhaltige Dienstleistung brauchen wir bei Citex selbstverständlich nachhaltig produzierte Textilien. Wir setzen hier auf den grünen Knopf das Nachhaltigkeitszertifikat der deutschen Bundesregierung. Bereits im Jahr 2020 konnten wir mit dem Universitätsklinikum in Lübeck das erste deutsche Krankenhaus vollständig mit nachhaltig produzierter Bettwäsche ausstatten. Und bereits im kommenden Frühjahr werden wir eine komplette Textilkollektion präsentieren können, die mit dem grünen Knopf gekennzeichnet wurde. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit bei der Beschaffung unserer Textilien, dass wir nicht nur auf ressourcenschonende Materialien achten, sondern auch auf faire Produktionsbedingungen vor Ort. Dies können wir nur erreichen, indem wir mit unseren langjährigen Lieferanten sehr eng zusammenarbeiten. Wir stimmen hier die Qualitäten gemeinsam ab und nutzen das Know-how unserer Lieferanten. Denn die sind vor Ort und können in den Produktionsstätten unsere gemeinsam festgelegten Qualitätsstandards auch kontrollieren und sicherstellen. Frottee für das Gesundheitswesen wird oft in sehr günstigen Qualitäten angeboten. Oft werden vielleicht Qualitäten eingesetzt, wo man nicht so genau weiß, wo das Frottee herkommt oder von wem es produziert wird. Wir setzen hier ein sehr hochwertiges Frottee ein, was einfach eine sehr hohe Grammatur hat. Die sorgt nicht nur für ein Wohlbefinden beim Benutzer, sondern ist auch für uns extrem langlebig. Denn nur wenn Textilien langlebig sind, sind sie für uns auch nachhaltig. Die grundlegende Basis unserer Dienstleistungen ist die Wäscherei, also das Waschen und Finischen von Wäsche. Erst wenn wir hier modernste Technologien einsetzen, können wir überflüssige Energieverbräuche vermeiden und für unsere Kunden eine wirklich nachhaltige Dienstleistung erbringen. Wärmeenergie ist in Wäschereien die treibende Kraft. Darum schöpfen wir an allen Anlagen konstant die Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung aus. Durch Verwendung von intelligenten Abluftwärmetauschern an Tunnelfinischern, Trockner- und Mangelstraßen können wir kaltes Frischwasser mit der heißen Abluft erwärmen und in unseren Waschprozess einbinden. Dadurch reduzieren wir unseren Gesamtenergiebedarf erheblich. Diese Anlage nennt sich Tunnelfinisher. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie ist die beste Lösung, Finish- und Trocknergebnisse bei minimalstem Energieverbrauch zu erzielen. Die Effizienz dieser ganz neuen Anlage gründet auf ihrer Verlängerung. Sie wurde gegenüber dem alten Verfahren um zwei Module erweitert und die Zulufttemperatur deutlich heruntergesetzt. Mit den acht Modulen fahren wir statt 165 Grad Celsius nur noch auf 130 Grad Celsius Zuluft ab Modul 1 und senken die Temperatur von Modul zu Modul auf unter 90 Grad Celsius. Der Energiebedarf reduziert sich dadurch erheblich und das Warenmaterial sowie der Kunststoff der Systembügel werden geschont. Man kann sich das wie beim Haareföhnen vorstellen. Wenn ich den Föhn auf höchste Temperaturstufe stelle, werden die Haare schneller trocken, aber ich überhitze sie. Stelle ich den Föhn auf geringerer Stufe, werden die Haare langsamer trocken, aber ich überhitze sie nicht. Die Wäsche fühlt sich viel weicher an von der Haptik. Fasern werden geschont. Der Weisheitsgrad der Wäsche bleibt erhalten und Reißverschlüsse sowie Reflektorenstreifen an Warenwesten haben eine längere Lebensdauer. Für eine nachhaltige Dienstleistung benötigen wir selbstverständlich auch nachhaltige Textilien. Im deutschen Gesundheitswesen setzen wir daher bereits seit 2015 auf eine höchst innovative Faser, das Tencel. Wir haben bereits heute nahezu 100 Prozent dieser Produktgruppe auf Tencel umgestellt, welches eine wesentlich ökologischere Alternative zur Baumwolle in der Berufskleidung darstellt. Tencel ist eine alternative Faser aus Holz. Das Holz dafür stammt aus kontrolliert biologischem FSC-Holzbau in Österreich und Deutschland. Auch das Restholz aus der Holzindustrie kann für die Faserherstellung sehr gut genutzt werden. In einem geschlossenen Kreislauf wird aus kleinen Holzstückchen mittels eines Zelluloseverfahrens dann eine Textilfaser hergestellt. Und das Beste, 99 Prozent der eingesetzten Zusatzstoffe können wieder recycelt und erneut genutzt werden. Durch die kurzen Lieferwege innerhalb der EU entsteht ein weiterer großer Vorteil für die Umwelt. Die Berufskleidung aus Tencel bietet weitere exzellente Eigenschaften. Durch die glatte Oberfläche der Faser entsteht eine hohe Formstabilität und geringe Faltenbildung. Dies führt zu einem verringerten Arbeitsaufwand und einer Langlebigkeit von bis zu 200 Zyklen. Auch die hohe Atmungsaktivität und der angenehme Tragekomfort macht Tencel zu einer sehr wertschätzenden und optisch ansprechenden Berufskleidung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als Textildienstleister arbeiten wir in einem System der Kreislaufwirtschaft. Unsere modernen Textilien lassen sich ohne nennenswerten Qualitätsverlust bis zu 200 Mal aufbereiten. Aber irgendwann erreicht natürlich jedes Textil auch das Ende seines Lebenszyklus und bei uns wandert es dann natürlich nicht sofort in den Müll, sondern wir führen es einer Weiterverwendung zu. Unsere Textilien, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, werden weiterverarbeitet, häufig zum Beispiel zu Dämmstoffen für die Automobilindustrie. Wir arbeiten aber auch an innovativen Textilien, die entweder komplett wiederaufbereitbar sind, das heißt wieder verarbeitet und zu neuen Textilien verarbeitet werden oder an einer weiteren Textilgeneration, wo wir auf ein biokompostierbares Textil zurückgreifen können, das wir gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt haben. Dieses Textil kann am Ende seines Lebenszyklus komplett kompostiert werden, inklusive aller Zutaten, die für eine solche Textilien notwendig sind, beispielsweise Reißverschlüsse, Knöpfe, Nahtmaterial, Farben, Gummis. In sogenannten Biokompostoren werden diese Textilien kompostiert und können dann als Humus der Landwirtschaft zugeführt werden. Wir arbeiten aber auch an Textilien, die ihrerseits wieder bereits aus Abfall entstehen, zum Beispiel Sequel. Bei Sequel handelt es sich um eine Initiative, bei der Fischer Abfall aus dem Meer sammeln, der in ihren Netzen als Beifang angefallen ist, und sortieren. Aus diesem Abfall wird in einem späteren Prozess eine Polyesterphase hergestellt, die den Polyesteranteil unserer Textilien der Berufskleidung ersetzt. Hieraus entsteht ein neuartiges Tencelgewebe, das eine Geschichte hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir als CTEX bieten dafür zertifizierte, sichere Lösungen, die Abfall zu nahe 100% vermeiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Umfangreichen Eindruck vermitteln konnten von dem, was wir unseren Kunden auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft bieten können. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dazu Fragen haben. Für solche Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich im Anschluss und jederzeit zur Verfügung.